Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Skyrim. Ich bin an der Affiliatur und ja, am Ende der letzten Folge haben wir uns hier an dieser Eismand gestellt. Im Eisigen Norden befinden wir uns bei Winterfeste und wir haben hier, ja wir haben einen durchgeknallten hier in der Höhle hier oben getroffen. Oder ne, zumindest hat er sehr sehr wirr über ganz komische Dinge geredet, aber spannend. Ne, also Rolle der Alten und so, Elders Crows. Genau, das war's und wir wollten hier rum und wir wollen reden auch gar nicht mehr lange rum, sondern fetzen los. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja, wir haben ja diesen Zauberbogen, dass wir den Bogen beschwören können, ob wir nicht wirklich jetzt hingehen und unseren Bogen an den Nagel hängen, derweil in unserer Hütte und einfach sagen, wir beschwören, wenn wir einen Bogen brauchen, den wir jetzt wesentlich seltener brauchen, natürlich durch unsere Angriffsmagie, ob wir ihn nicht einfach mal ablegen und mal testen, wie, oh das ist ein Hawker, ähm, wie das dann abgeht, wenn wir den Bogen einfach noch dabei, ah, beide verfehlt, Leute, das war schwach. Na, greifen wir doch mal zum Bogen. Ach, Lydia. Na gut, ähm, genau. Das wollte ich nur sagen, das wäre ja vielleicht mal eine Idee zu tun, den Bogen abzulegen. Und wir leveln damit nämlich dann auch, ähm, unsere Beherrschungsskills. Und das ist ja durchaus, wenn wir diesen Plan haben, irgendwann zu so einem, ja, Beschwörer auch zu werden, dass wir praktisch mit Zerstörungszaubern selbst Schaden machen und zwischendrin immer mal wieder, wenn es happig wird, also wenn es knapp wird, nochmal einen Elementar- und Frostatronachem oder Feueratronachem oder irgendwas, was lustig in die Situation passt, zu beschwören. Na, und am Ende vielleicht sogar zwei. Was haben wir denn hier? Das glüht noch. Ist ja seltsam. Mal ein Eisenerzader. Mal wieder was schürfen, ne? Ja, ihr könnt gerne mal sagen, schreibt es doch einfach in die Kommentare oder so, ob ihr die Idee gut findet mit dem Bogen weglegen. Also es dauert jetzt mit Sicherheit noch, dass wir wieder in die Stadt kommen, wie Weißlauf, wo wir ein Haus haben. Und... Könnt ihr mir das ruhig mal sagen. Ja, dann machen wir das so. Aber, Leute, ich glaube, dass der Eingang nicht hier unten ist. Zum Augenwohnen von Dunlines, sondern tatsächlich doch oben. Was ist das denn? Ach, komm. Was ist denn? Oh Gott, ist das eine traurige Geschichte, Leute. Ah, ah. Oh, ist das übel. Bärenfalle. Bärenfalle. Der hier wurde von der Bärenfalle erwischt. Und er hatte nichts besseres zu tun, als hier sitzen zu bleiben und zu erfrieren wahrscheinlich. Und... Oh, je, je. Aber er hat einen Trankenmischbeutel dabei. Und da sagen wir danke. Was ist das denn? König der Würmer? Okay. Ei, 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 ei. Völlig übertrieben. Boah, das krummelt ja richtig hier. Was haben wir denn hier unten? Baba! Jawohl. Ah, Leute, das ist richtig cool mit den zwei Zaubern. Die sind mächtig. Schnell gezaubert. Kosten... Ja, gut, teuer sind sie. Aber wir könnten ja eventuell mal in die Richtung skillen auch. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hören wir nochmal eine Eisenerz, Anna. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was wir denn jetzt wirklich skillen sollen. Also Zerstörungszauber günstiger zu machen, das liegt jetzt auf jeden Fall nahe. Aber wir können natürlich auch was anderes machen. Oh! Ah! Der ist ja... Der war's aber... Eigentlich hätte man leben müssen... Leben lassen müssen, du. Ja, das hat's eigentlich schon verdient. Hier sind wir wieder mal in den Überresten der Stadt. Und gucken mal, ob's einen anderen Weg zum Auguren von Dunlein gibt. Abend. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Nö. Ist schon cool. Mag ich schon sehr. Also hier sind wir das letzte Mal runter. Und ähm... Ich weiß jetzt nicht. Sagt uns... Können wir hier eventuell... Ja, Noah. Das schaut aber schon so aus. Finde den... Ah! Ob wir da rein müssen? Das machen wir doch jetzt mal. Kommt, Leute. Dann sind wir komplett einmal um die Akademie rumgelaufen sozusagen. Und haben... Naja, die sind durchgeknallten in der Höhle getroffen. Und... Also ganz umsonst war's nicht. Wir haben auch jede Menge Eisenerz eingesteckt. Jede Menge Horkerfleisch. Horkerstoßzähne. Und, 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 und. Also... War schon gut. Müssen wir nicht auch irgendwie sowas klären hier? War da nicht auch eine Quest? Vielleicht an dem hier. Das schaut auf jeden Fall so aus, als ob da was los wäre. Na, dann machen wir das doch mal, oder? Aktivieren. Hm. Da tut sich jetzt nicht so viel. Jo. Deiner Art von Arbeit. So, also wir müssen hier unten in diese Halle. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Echt? Ah, Leute. It's a Dragon. Ah, wie geil. Das ist ein Besschen. Oh. Wenn es so wackelt, müssen wir ein bisschen langsamer machen. Auf ihn. Drache. Komm runter, du Lump. Au, Schreiter. Was ist denn das hier? Das sind alles hochkompetente Magier und du siehst keinen. Der kämpft mit der Faust gegen den. Was ist denn das hier? Ei, 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 ei. Äh, muss ich wieder richten, ja? Ei, ei, ei. Hoppa. Jetzt kommen wir aber mal wieder in den Hofdrache. Komm runter. Ah, ah. Das machen wir nicht. Bah, das haben wir noch erwischt. Jetzt. Oh, jetzt hat er den anderen dann gefressen, oder was? Yes. Da geht er down, Leute. Da geht er down. Das war keine sehr beeindruckende. Aber ich glaube, du bist der wieder. Das herrscht in uns Zauber, oder? Tada. Jo, Leute, da haben wir wieder eine Drachenseele. Da haben wir eine Drache. Einen Drachen im Hof. Niedergemetzelt. Von der Magier. Der bleibt jetzt bestimmt eine ganze Weile hier liegen. Sehr schön, ne? Da macht er sich sehr gut im Hof der Magierakademie. Hm, er zieht jetzt tatsächlich das 2 in das Schwert genommen. Na, wenn du das jetzt anziehst, bin ich echt schwer beeindruckt. Macht sie nicht. Na, mal los. Wir brauchen für dich unbedingt bessere Anstehen. Ach, so geht es nicht weiter. Aber Leute, wir haben ja eigentlich was vor. Haben wir doch gleich noch einen Drachen erledigt. Schau an. Das will auch gereinigt werden. Aber was müssen wir da tun? Hm, seltsam. Ah, Müllgrube, Leute. Na, guck an. Nieder ist dabei. Gleich noch ein paar Pilze sammeln hier. Also, wenn sich das durchs Reinwerfen von Müll in diese Grube so arrangiert hat, dann... Weiß ich auch nicht recht, aber... Knoblauch, nehm mal mit. Vampire gibt's ja schon mal keine. Schönen guten Tag. Aber Ratten, bestimmt Ratten. Bestimmt Skiver. Kann ich die nicht aufheben? Ich muss sie einstecken. Um an den Drang zu kommen. Eisenstiefel stehen hier oben, Leute. Räderstreifen, die nehmen wir auch mit. Das sieht eher so aus, als ob da... Es gibt da nochmal einen Ausgang. Wo kommen wir denn da raus, wenn wir da rauf gehen? Gibt's tatsächlich doch noch einen Eingang? Das klang echt böse, Lydia. Richtig, richtig böse. Okay, im Innenhof. Der Debatter bewegt sich noch. Ich hab ihn dann aber... Schön. Mal gucken, wo wir den jetzt hingeschossen haben. Den Drachenkadaver. Vielleicht könnten wir den irgendwo mal... Also, schon interessante Information auch, dass wir mit dem Zauber ein Drachenskelett wegkegeln können. Können wir ja mal spaßige Dinge damit anstellen. Keine Ahnung. Zuhause neu dekorieren, indem wir einfach jede Menge Drachenkadaver rumliegen. Okay. Okay. Wo bist du? Hey. Ich hab aber keine Lust, da runter zu springen. Da gibt's bestimmt noch mehr zu entdecken. Was ist das jetzt schon wieder für Geschichte hier? Da ist auf jeden Fall Öl, das hier irgendwie rausläuft. Und der hier liegt hier mit einem... Ah, ist natürlich des Rostes. Vielen Dank. Ich hör doch schon wieder komische Dinge. Was ist das denn? Oh, ich glaub da kommen wir mit Rost nicht sehr weit. Aber mit Markkampfangriffen auf jeden Fall. Hey, nicht? Gönnste, eigentlich mal voll das Salz. Was ist denn das hier? Hier nimm ich Salz. Und hier sind irgendwelche Würmer. Scheiße, irgendwie spannend hier. Noch mehr Salz. Sag mal, also... Salz zu verstreuen gilt ja als Schutz vor ein bisschen böser Magie. Oder Magie allgemein oder so. Ich weiß nicht, ob hier in dem Spiel auch... Aber... Das schaut auf jeden Fall unfassbar spannend aus hier gerade. Das ist ja auch super schön gemacht. Diesen Glühbirnchen in den Spinnweben scheinbar gefangen. Richtig schön. Was haben wir hier? Und ein Buch. Adronachenschmiede. What the hell? Wie groß ist denn das Buch? Oder wie lang? Das geht. Wollen wir das schnell lesen? Ich meine, wir sind jetzt gerade schon hier. Ja, Leute, ich lese es mir eben vor. Lieber Neffe, es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Sedrit Mora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch, sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeiten hörte. Die Nord haben eine gute Akademie in Winterweste und ich bin sicher, dass ihr euch dort ausgezeichnet werden. Vielleicht wisst ihr, dass auch sie, dass auch ich sie besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung. Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Adronachenschmiede genannt wird. Ein kleines Projekt, das ich in Winterfeste verfolgt habe. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sondern fragt eure Mitschüler nach einem Ort namens Müllgrube. Dort findet ihr die Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort, auf meinen Reisen im Himmelsrand verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. So, das ist damit der Brief zu Ende und jetzt geht es in einer anderen Erzählweise scheinbar weiter. Die Adronachenschmiede bietet einige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat und noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Nur durch planloses Experimentieren und ein paar angesenkte Augenbrauen habe ich ihre Funktion verstehen können. Die Schmiede besteht vor allem aus einem großen Podium von fast primitiver Machart, aber verziert mit der traditionellen Dätrischen Rune. Sie weist einen Opferstock wie einen hervorspringenden Hebel auf. Zudem ist ein großer Aufbau zu sehen, der offenbar ein großes, rundes Objekt aufnehmen soll. Ich habe jedoch nicht feststellen können, worum es sich bei diesem fehlenden Objekt handelt oder wie es sich auf die Wirksamkeit der Schmiede auswirken könnte. Die Schmiede wird aktiviert, indem man bestimmte Gegenstände in den Opferstock steckt und dann den Hebel betätigt. Die Schmiede verbraucht die Gegenstände und beschwört dann etwas auf das Podium. Die Beschwörung lässt sich zuverlässig vorhersagen, wenn die richtigen Gegenstände in den Opferstock gesteckt werden. Aber viele Kombinationen zeigen entweder keine Wirkung oder führen zu katastrophalen Reaktionen. Einmal habe ich eine wilde Ziege beschworen, nun zumindest den größten Teil der Ziege. Planloses Herumexperimentieren mit der Schmiede ist gefährlich. Auf den folgenden Seiten habe ich die Rezepte aufgeführt, die ich entdeckt habe. Mit dem einfachsten, aber vielleicht auch dem gefährlichsten, verlässlichen Rezept könnt ihr einen Atronarchen beschwören. Die beschworenen Krieger greifen allerdings das erste Objekt an, das sie sehen. Macht euch bereit für einen Kampf, wenn ihr Grund habt, diese Rezepte zu verwenden. Feuer-Atronarch, Feuersalz von Rubin. Eis-Atronarch, Feuersalz von Saphir. Stürm-Atronarch, Salze der Leere und Amethyst. Ja Leute, spannend, spannend, spannend. Wir stecken das Buch mal ein. Und dann feine Kleidung nehmen wir auch mit. Man weiß ja nie. So, da haben wir jetzt hier auf jeden Fall diese unfassbar krass aussehende Schmiede. Okay, also es gibt auf jeden Fall einen Opferstock. Das ist hier, das Ding da scheinbar. Da muss das reinstecken oder was? Und dann muss sie hier diesen Hebel betätigen. Aber wir lassen das jetzt erstmal. Aber wir halten es im Hinterkopf natürlich, klar. Das ist voll interessant. Wo kamen wir denn jetzt eigentlich her? Nicht hier, ne? Ne, auf keinen Fall. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Spannende Sache. Da haben wir wieder was. Wieder so die Gnilwürmchen. Leere Weinflasche. Wow, also der Stil hier unten ist schon geil irgendwo. Gefällt mir schon. Hat schon eine Atmosphäre. Noch mehr Lederstreifen. Und eine Hake, können wir die mitnehmen? Das wäre doch mal eine Waffe, oder? Damit. Da hängt noch meiner. Das ist noch ein anderer. Und hier ist doch Moos. Da hinten ist nochmal Moos. Gehen wir einfach mal mit, ne? Da ist auch noch was. So. Und dann wären wir hier unten. Es sieht nicht tief aus, aber... Na gut. Wir gehen hier mal durch. Das ist auch... Okay, Leute. Untere Müllgrube. Ich bin sehr gespannt. Ei, 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 ei. Das ist ja... Das ist ja was Künstlerischen wert. Oh nein. Da komme ich dann auch nicht mehr hoch, ne? Oder? Wenn ich jetzt da runter springe, weil diese Truhe so unfassbar verlockend auf einen wirkt. Gehen wir hier wieder hoch. Am Ende müssen wir da sowieso runter. Ah, wir gucken mal einfach hier hoch. Merken wir uns diese Truhe einfach mal. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Okay. Überhaupt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Jo, das ist cool. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Hast du dann? Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Ich solle zu euch kommen. Und was suche ich? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Okay. Wissen. Ja, das ist nicht schlecht. Ihr werdet folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn. Den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Okay. Der Talmor sucht ihr dasselbe. Und es wird sein Ende bedeuten. Wie es bei so vielen der Fall war. Okay. Der Talmor. Ähm. Welche Talmor? Der. Der auf dem Namen Ancano hört. Ja, das habe ich mir nur fast gedacht. Er sucht Informationen über das Auge. Das Auge. Doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Ja. Was brauche ich? Und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren? Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Mhm. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Alles klar. Alles klar. Dann ab zum... Letz mal hier. Gucken wir mal hier hoch noch. Ah, ich höre was knacken, Leute. Das wird doch wohl nicht etwas Skelett sein. Ich nur eins. Vorbei. So, was haben wir hier? Schön alchemie-Tisch, Leute. Und ein Buch. Der Ruhms. Die Rennes. Re-Ruhms. Okay. Schön. Ja, Alchemie verbessert. Wer hätte das gedacht? Und hier haben wir Salz. Und Rölschel. Ja, Leute. Ich möchte aber eigentlich auch ganz gerne mal noch zurück zu dieser Truhe und da runter springen. Oh, oha. Ja, sowas. Aua. Ey, da müssen wir echt aufpassen, dass uns jetzt da irgendwie die... ...die Spielphysik irgendeinen Knochen durch den Kopf treibt. Ist das das andere Gerät? Das wäre scha... What the hell? Oh, bitte lass es ein Handschuh sein. Lass es bitte ein Handschuh sein. Lass es ein Handschuh sein. Ringfinger. Okay. Das wäre durchaus möglich. Aber da schwimme ich drin. Das könnte ja auch fast schon Schuh sein. Ähm. Ringfinger aktivieren. Leute. Ich speichere mal. Ich bin neugierig. Ich drücke drauf. Okay. Passiert nichts. Finden wir hier irgendwo ein Buch zur Erklärung? Krieg ranke. Jetzt habe ich den Kessel statt die Krieg ranke eingesteckt. Oh, Mann. Was haben wir hier? Ah, ich bin neugierig, Sachsen. Nein, ich habe noch Knochenmehl. Haben wir in dem Kessel noch irgendwas drin? Nein. Ah, ein Zienfell liegt am Boden. Hier ist Blut. Na. Guckt doch. Bericht. Vorfall in der Müllgrube. Und ein Schlüssel. Schlüssel des Ermittlers. Wir gucken mal in das Buch. Und ich lese das. Wie viel? Ah, 25. Minute. Ah, das geht schon. Ich lese es mal vor. Die vermissten Studenten wurden heute Morgen in der Müllgrube gefunden. Tod. Wie erwartet. Keiner von uns machte sich zu diesem Zeitpunkt mehr die Mühe, einen Leben-Entdecken-Zauber für die Suche aufrechtzuerhalten. Okay. Da müssen wir Leben-Entdecken-Zauber. Beziehungsweise vielleicht gibt es, gibt es, also ich glaube nicht, dass es hier, ne. Ne. Also Leben-Entdecken-Zauber ist bezogen auch wirklich auf diese Studenten, wo sie sie gesucht haben. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie jetzt im Vorteil sind, wenn wir Leben-Entdecken-Zaubern könnten. Ich lese mal weiter. Die Leichen wurden zusammengefunden und jede wies die gleichen Deformationen auf. Abgeblätterte und blassige Haut an den Armen und im Gesicht. Beschwörerbrand, wie es an der Akademie gemeinhin genannt wird. Es besteht kaum Zweifel, dass sie sich an einem Beschwörungsritual versucht haben und dass ihre Fähigkeiten weit überstieg. Das Relikt in ihrer Mitte räumte jeglichen Zweifel an dieser Theorie aus. Ich gebe zu, dass ich noch nie so etwas gesehen habe. Eine große, segmentierte Skulptur eines Panzerhandschuhs, dessen Handfläche das Däderische... Ja, da ist es wieder das Zeichen. Also hier geht es viel rum. Ich weiß nicht. Oblivion-Zeichen? Ich kenne es halt, das Zeichen von Oblivion. Naja. Aufwies. Jeder Versuch, ihn zu bewegen, war vergeblich. Ich muss ihn Erzmagier Sedov bei seinen bevorstehenden Besuch zeigen. Vielleicht weiß er mehr. Wir konnten das Relikt zwar nicht bewegen, aber es gelang mir, vier Ringe davon zu entfernen. Ich bin sicher, es gibt eine Verbindung zwischen ihnen und dem Ritual, das die Studenten durchzuführen versuchten. Ich werde sie im Akaneum verwahren, bis wir einen Beschwörungsmeister befragen können, um mehr darüber zu erfahren. Ja, spannend, Leute. Also es gibt auf jeden Fall im Akaneum scheinbar vier Ringe, die da liegen oder vielleicht auch mit einer Quest zusammenhängen, dass sie da nicht mehr liegen und wir sie holen müssen. Wir stecken das mal ein. Das ist wahnsinnig interessant. Da ist so viel, so viel crazy Zeug, was hier unten in der Müllgrube passiert. Das ist echt mit dieser Schmiede und jetzt da diesen Beschwörungskreis und ei, ei, ei. Also das ist hier passiert. Ui, das mit den Knurren ist echt total gefährlich. Tja, naja. Auf jeden Fall noch hier einen ganzen Haufen Moos. Seit wann können wir so unfassbar weit springen? Wie die Schädel da oben stehen. Okay. Spannend, spannend hier unten, ne? Da geht so einiges. Aber zu der Kiste kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Okay. Können wir das aufschießen? Und wie wir das auf... Psst, Ruhe. Wie wir das aufschießen können. Aber bedeutet das, dass wir unten dann mit Spinnen zu tun bekommen, wenn hier so viele Netze sind, die wir wegmachen müssen? Ich bin aber sicher. Was ist schon? Schade. Ne Laute? Oh, komm. Ach komm, ja. Eine Frostbiss-Spinne. War das? Ein Eisenhelm. Ein Bierchen. Ein Eisenschwert. Ein Bebänder da. Alles nicht zu viel wert. Skelett durchsuchen. Drei Gold noch. Tja. Leute. So sieht's aus. Hier, mit Knoblauch noch. Die Heugabel, die könnten wir einstecken. Lüdi damit ausrüsten. Ist da noch irgendwas? Ist da noch irgendwas drin versteckt? Moment. Ha! Haha. Moment. Nein. Ach komm, ihr seid fies. Ihr seid so gemein. Ah. Hm. Prima. Da ist sie. Die Kiste. Leute. Kommen wir doch noch hin. Aber halt nicht von da aus. Dann können wir hochlaufen, runterspringen, müssen dann wieder rumlaufen. Oh Mann, oh Mann. Naja. Aber. Das machen wir alles in der nächsten Folge, Leute. Denn diese Folge ist leider vorbei. Ganz cool. Wir haben den Auguren gefunden. Und haben ein bisschen was erledigen dürfen. Spinne und so. Und Skelette. Und haben ganz lustige Sachen gefunden. Unter anderem diese Schmiede. Und auch diesen Beschwörungskreis. Also ganz spannende Geschichten. Das hört einfach nicht auf. Also wir haben so unfassbar viel zu tun. Viele, viele Quests, die wir verfolgen können. Und, und, und. Ja. Wir können es richtig spannend machen. Glaube ich. Da ist richtig viel Potenzial. Ne? Also. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ich sage mal. Euer Neffler-Tor. Bis dann.